So, alle Freunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei LEGO Marvel Avengers und wir machen weiter, was wir aufgehört haben. Mittlerweile ist ja auch schon ein Assassin's Creed. Warum habe ich das nur geteilt? Vier, Flag Flag, auch bekannt. So, guten Abend. Ähm, am Start bei mir. Also, wie, also, die Asylen-Sug-Serie, auch, glaube ich, das Weißen-Bot-Verset. Was jetzt schon nach LEGO Marvel Avengers kommt, kann ich euch jetzt noch bezeichnen. Ich muss ja euch sagen, vielleicht schafft es uns. Vielleicht auch... Mars Effect 1, irgendwie mal, trotz des noch so lange passiert ist. Für Witcher will ich auch noch fortsetzen. Wo ich aber nicht weiß, wann und wie und wo, oder wie ich mich vielleicht auch im Flash Live mache. Ihr könnt es gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Äh, weil, ihr sollt ja mitentscheiden, was ihr sehen wollt. Ja, ich will euch ja nicht irgendwas vorsetzen, was euch denn gar nicht erzählt, was euch nicht interessiert, wo ihr sagt, was ist das für Müll, immer diese alte Scheiße, auf Deutsch gesagt, ja. Ja, ich hab Scheiße gesagt. Ich mach jetzt nicht mal einen auf harmloser Blackie und ist so lieb und brav und keine, äh, kalala. Ich hab jetzt mal einen auf harmloser Blackie und ist so lieb. Ich hab jetzt mal einen auf gewungen hast. Wenn ich einen Doppelmuch machen will, gehts nicht. Ja, da sind die Kälte. Ah, ich muss aber dazu sagen, wenn gefallen meine Moves zum Captain sind dann eigentlich besser als ich fliege. Ich nehme jetzt einfach mal Vogelmann, mir fällt dann eine andere Art und ja, ich nehme mal einen Falcon, ach, keine Ahnung. So, ich habe die böse Wichtigkeit. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! 2 2 2 2 2 2 Das ist ein Wettbewerb. Oh, okay. Oh, okay. Okay, let's go. 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 Okay. Okay, let's go. Okay. Okay, let's go. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye. Okay, let's go.